Musik Mir fällt eine Geschichte ein. Und zwar war eine Gemeinde in England, da kam über Jahre eine Obdachlose Frau, die wirklich so in Lumpen lebte mit Plastiktüten und so weiter. Und die Leute aus der Gemeinde haben sich um die gekümmert, haben ihr geholfen und einfach mit Essen, mal ein bisschen Geld und so weiter, um die eben zu unterstützen. Und irgendwann erreichte sie die Nachricht, die Frau ist gestorben. Und dann haben einige aus der Gemeinde, die ein bisschen näher mit ihr zu tun hatten, haben gesagt, okay, da wird ja nicht viel sein bei der Beerdigung von einer armen Frau, da gehen wir hin. Und wir haben irgendwie mitgekriegt, wo die Beerdigung ist. Und als sie dann da zu der Kirche kommen, wundern sie sich. Ein Holzreus neben dem nächsten, ein Jager neben dem nächsten, Luxusschlitten, Chauffeure, die waren ganz verblüfft. Und es stellte sich raus, die Frau hatte eine steinreiche Verwandtschaft, alles Millionäre. Und dann stellte sie sich raus, sie selber war Millionär. War steinreich. Und sie wusste das sogar. Und irgendetwas war da fehlgeleitet. Sie lebte als Obdachlose in bitterster Armut, obwohl sie alles hatte. Weißt du was? So leben viele Christen. Genau so leben viele Christen. Sie haben alles, alles bekommen vom Herrn. Es ist ihnen alles gegeben. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Mit jeder, jeder. Und wir leben wie, ja, wie Bettler. Das merkst du manchmal schon, wenn die Leute beten. Ja, völlig in Niederlage. Wir müssen ein Bewusstsein dafür bekommen, wer wir sind in Christus. Vorrecht. Vorrecht. Weißt du, wir haben ja diese Reise mit dem Heiligen Geist unternommen schon seit Monaten. Der Heilige Geist bevorzugt dich. Er hat dich völlig im Blick. Er bevorzugt dich. Du bist bevorzugt. Ja, bevorzugt. Wir haben Vorrechte. Pass auf. Stell dir mal vor, das Tempelareal in Jerusalem. Da gab es diesen riesigen Platz, wo etwa 400.000 Leute drauf Platz fanden. Da waren diese Kolonnaden außenrum und so weiter. Und dann war da auf dem Tempelplateau so ein Mäuerchen, nicht sehr hoch, so ein Mäuerchen, genannt Umzäunung, und kleine Durchgänge. Und da war es so, dass die Heiden, also die Nichtjuden, da nicht durch durften. Bis dahin durften sie sich auf dem Areal bewegen, aber ab da nicht mehr. Das war Zugang verboten. Sie durften nicht hinzutreten, die Heiden. Ich meine, in die Stadt selbst konnten auch manche Leute nicht, so wie Aussätzige oder sowas, aber in der Stadt durften sie sich bewegen, aber auf dem Tempelplateau konnten sie nur bis zu einem bestimmten Punkt kommen. So, nur das Volk Gottes, die eben dazugehörten, die durften näher kommen, Männer wie Frauen. So, aber es gab einen bestimmten Punkt, bis dahin durften die Frauen nur kommen. Sie durften nicht weitergehen. Und es gab entsprechende Wächter und was da so im Tempel eben Dienst getan hat, die haben auch dafür gesorgt, dass da nicht jemand unbefugt, sagen wir mal, auch nur einen Schritt weitergegangen ist, als es erlaubt war. Für die Heiden, wenn die da durchgekommen wären, stand Todesstrafe drauf, waren Warnschilder. Todesstrafe. Du bist zu nah herangekommen an den Gott Israels, darauf steht Todesstrafe. Zu nah. So, und dann eben, wie gesagt, das Volk durfte näher kommen, aber bis zu einem bestimmten Punkt auch nur die Frauen. Ab dann war es zu nah. Und dann war das Gleiche dann mit den Männern. Die durften bis zu einem bestimmten Punkt kommen und dann war, wie so eine unsichtbare Linie, sie durften nicht weiterkommen. Ab dann durften nur noch Leviten und Priester. Und bis zu einem bestimmten Punkt durften auch die Leviten nicht mehr hin und ab einem bestimmten Punkt durften auch die Priester nicht mehr hin. Das war eine Hierarchie, wie nah du dich Gott nahen darfst. Und es war lebensgefährlich, auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Es gab diese Begrenzungen für Heiden, für Frauen, für Männer, für Leviten, für Priester. Und in das Allerallerheiligste im Tempel, da durfte an einem einzigen Tag, einmal im Jahr, eine Person. Das war ansonsten für das gesamte Volk nicht zugänglich, für keinen Priester und für niemanden. Das war eine nicht zugängliche Zone. Und nur ein einziges Mal im Jahr durfte da oder musste da der hohe Priester rein. Insgesamt war der viermal drin während des priesterlichen Dienstes am Jom Kippur, dem großen Versöhnungstag. Und er hatte bestimmte, sehr komplizierte Regeln zu machen. Er war der Einzige, der an dem Tag arbeiten durfte, sag ich mal, und war also alles sehr kompliziert, interessant sich damit zu beschäftigen. Aber der Punkt ist, auch nur an dem einen Tag, der hätte sich nicht zu irgendeinem beliebigen Tag dahin bewegen können. Der hätte da nicht hingehen können. Und ein anderer Priester schon gar nicht. Oder oder gar jemand vom Volk. Hilfe. Oder gar jemand, der kein Jude ist. Help. Das war im jüdischen Denken oder im biblischen Denken, alttestamentlichen Denken, wäre das die blanke Blasphemie gewesen, wenn man Gott zu nahe gekommen wäre. Im Allerheiligsten, wo früher in der Stiftzüte und im ersten Tempel die Bundeslade stand und wo dieser Dienst getan wurde, das war am Jom Kippur, das war die Versöhnung für das gesamte Volk. Wie gesagt, sehr komplizierter Dienst und da wurde Versöhnung für das gesamte, die Sünden des gesamten vergangenen Jahres von Gott gewährt. An dem einen Tag. Worum es mir geht ist, Reglementierung von Zugang. Bis zum bestimmten Punkt darfst du dich nahen. Völlig im Denken des Alten Testamentes eingefleischt. Die Heiden sind ganz draußen und dann gibt es bei den Juden welche, die sind da draußen und welche sind gut und welche sind Gottesfürchte und haben Profis und noch mehr Profis und der Superprofi. Und alle waren in diesem System drin. Und das Schlimmste, was denkbar gewesen wäre, in diesem alttestamentlichen Denken, wäre, wenn irgendjemand x-beliebiges sich den Zugang verschafft hätte, wie auch immer, war de facto unmöglich. Es gab etwa 17.000 Leviten und Priester, die Dienst getan hatten an den hohen Festtagen in Israel. Also das war schon entsprechend gesichert. Aber wenn es möglich gewesen wäre, dass da jemand sich reingeschlichen hätte und im Grunde genommen bis zur Bundeslade gelatscht wäre. Das wäre das absolute Worst-Case-Szenario gewesen. Und jeder war davon überzeugt, der wäre wahrscheinlich, schon wenn er ins Heiligste gekommen wäre, dort umgefallen. Verstehst du? Absolut reglementiert. Reglementierung. Absolute Reglementierung. Okay. Was hatten wir vorhin, was Heike auf dem Herzen hatte zu singen? Mutig komme ich vor den Thron. Vor was für einen Thron? Ich meinte, oder damit ist gemeint, der Thron der Gnade. Der Thron der Gnade ist der sogenannte Sühnedeckel, das ist die Deckplatte der Bundeslade. Mutig komme ich vor den Thron. Im Alten Testament wäre das der blanke Wahnsinn gewesen, wenn du sowas gesungen hättest. Blasphemie. Vor den Thron kommt überhaupt niemand, sondern nur ein einziges Mal im Jahr der Hoher Priester. Wie? Du singst, du kommst vor den Thron. Wartest du, du wärst Hoher Priester oder was? Wie kannst du es wagen, sowas überhaupt noch zu denken? Du gehst einfach so zu Gott. Im alttestamentlichen Denken undenkbar. Undenkbar. Punkt. Keine Chance. Der Brief an die Hebräer, also wir würden heute sagen, das ist der Brief an die messianischen Juden. An welche, die aus dem Judentum kommen, die das Ganze verstehen, die in diesem ganzen Opferzyklus usw. drin sind. Und genauer Brief an die Hebräer beschäftigt sich mit Jom Kippur und zwar ganz intensiv. Und da geht es darum, über den Zugang zum Thron der Gnade. Weißt du, was das ist? Das sagt, jeder von uns in Christus hat das Vorrecht, bis ins Allerheiligste, zack, vor den Thron der Gnade zu gehen. Und zwar völlig ohne komplizierten Dienst. Und weißt du was, du kannst sogar da bleiben. das ist etwas, was gigantisches Vorrecht ist, im Alten Testament undenkbar, im Neuen Testament Standard für uns. Und das Problem ist, dass die meisten von uns sich überhaupt nicht bewusst machen, welche Vorrechte wir haben, in der Art, wie wir Gott nahen dürfen. Hey, durch das, was Jesus getan hat, hat jeder von uns das absolute Vorrecht, unmittelbar zu Gott kommen zu können. Direkt, in touch, unmittelbar. Du hast nicht irgendeinen Mittler, dem du sagst, okay, also ich habe folgendes und das und das und das. Kannst du mal vielleicht bei Gott ein gutes Wort für mich einlegen? Nein! Du gehst unmittelbar hin und sagst, was du hast. Du sagst, hier, hör mal her, ich brauche einen Durchbruch in irgendwas. Du betest direkt unmittelbar. Da gibt es keine Barriere, da gibt es keine Trennung. Paulus schreibt davon, diese Mauer ist abgerissen. Die Umzäunung zwischen Heiden und Juden ist weg. Im 19. Testament gibt es das nicht mehr. Wir, wenn wir Christen sind, können unmittelbar zu Gott gehen. Keine Trennung, keine Barriere, kein gar nichts. Und weißt du was? Halleluja! Männer und Frauen. Direkt bis vorne hin. Und die Kinder auch noch. Es gibt keine Reglementierung. Ja, das ist gute Nachricht. Das ist absolut gute Nachricht. Und wir müssen kapieren, was für ein Vorrecht wir haben, im neuen Bund leben zu dürfen. Wir müssen verstehen, wie, wie soll ich mal sagen, erhoben wir sind, was Christus für uns getan hat. Guck mal, der Vater hat uns geschaffen, gewollt, geplant, kreiert. Und er hat dir den Lebensodem eingehaucht. Gerade wenn du so ein neugeborenes Baby siehst, das ist ja ganz offensichtlich, dass da irgendwie durch ein gigantisches Wunder eben dieses Leben drin ist. Das ist das, was Gott schenkt. Er hat sich investiert in diesen Menschen. Als Gegenüber. Als Partner. so und geschaffen, geplant, er hat sich gegeben. Und dann, als der Mensch nun durch diverse Umstände sich von Gott abgewendet hat, sich unter eine andere Autorität begeben hat, angefangen hat, falsch zu denken, war das Problem, dass er gefallen war und dass diese Trennung zwischen Gott und Mensch, die völlig unüberwindbar war, von der menschlichen Seite, entstanden ist. Und dann hat Gott von sich aus in der Dreieinigkeit gesagt, okay, wir werden das Ding wieder in Ordnung bringen. Wir werden dem Menschen wieder die Möglichkeit geben, diese unüberwindbare Kluft zu überbrücken. Aber dazu musste Gott oder dazu ist, musste, dazu ist Gott Mensch geworden in Christus. Was ist denn das gewesen? Der Sohn hat alles gegeben. Gott selbst hat alles gegeben. Sich hingegeben. Investiert in die Menschen. Nichts zurückgehalten. Alles gegeben. Und noch dazu unter abstruses Umständen in bescheidener Situation geboren. Aufgewachsen. Komischer Leumund. Schwierig. Alles okay. Und dann ist er für dich und mich gestorben. Und Halleluja wieder auferstanden. Und zum Himmel gefahren. Und hat gesagt, weißt du was? es ist gut, wenn ich zum Vater zurückgehe, denn ich werde euch was senden, das ist besser, als wenn ich hier wäre. Das müssen wir uns mal eintüten. Jesus hat gesagt, ich gehe, aber was auf, Leute, was ihr bekommt, ist noch besser. Ist noch besser. Und dann passierte eben nach zehn Tagen an Pfingsten dieses Wunder, dass der Heilige Geist fiel auf die Jünger. Was ist da passiert? Die dritte Person der Gottheit hat sich völlig investiert. Ausgekippt für uns. Ausgegossen. Nichts zurückgehalten. Alles gegeben. So, nach meiner persönlichen Darstellung würde ich sagen, der Vater hat alles gegeben, der Sohn hat alles gegeben, der Heilige Geist hat alles gegeben. Gott hat sich völlig hingegeben für uns. Was ist die logische Reaktion, wie wir uns ihm gegenüber verhalten sollten? Genau. Wir geben von uns aus alles. und das ist der Kampf, in dem jeder von uns steht. Das ist das Problem, in dem jeder von uns seine täglichen Struggle hat. Weil du bist in deinem Weg und hast Herausforderungen, Probleme, Schmerzen, alles mögliche. Hickhack in den Dingen, mit denen man eben so täglich zu tun hat. Und die werden so groß und irgendwie verliert man Gott vielleicht aus dem Blick oder was er für uns getan hat oder man hat das nicht so momentan. Und dann kommt das Problem, dass man anfängt, Gott zu erzählen, wie riesig die Probleme sind, wie unüberwindbar die Probleme sind, wie monströs die Berge doch sind. Aha. Vielleicht fängt man sogar an, sich zu beugen, niederzubeugen vor irgendwelchen Dingen, vor dem System, machen ja alle. Mitzuspielen, machen ja alle. und wir verlieren aus dem Blick, wer wir eigentlich sind, was der Herr eigentlich für uns getan hat, was es eigentlich heißt, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dass wir hinzutreten dürfen mit Freimütigkeit, mit aufgedecktem Angesicht bis zum Thron der Gnade. Unmittelbar. Mein Punkt heute ist, wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, welches Vorrecht wir haben. Welches gigantische Vorrecht wir haben, in Christus Gläubige sein zu dürfen, die unmittelbar zum Thron der Gnade kommen können. Und nicht nur das, die den Heiligen Geist in sich haben. Du und ich, wenn du wiedergeboren bist, bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Weißt du, was das heißt? Die Bundeslade sind dir, der Thron der Gnade sind dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist nach dem Abbild eines Tempels aufgebaut. Was war denn das Allerheiligste? Das Allerheiligste war, ich sage mal, ich gebrauche mal das Wort, bitte mit Vorsicht, Portal in die himmlische Dimension. Da war der Himmel offen, da war Gott. Ja, man sagt, auf diesem Thron der Gnade war ja sein Thron. Da hat er seine Herrlichkeit, seine Shekina gelagert. Die soll auf dieser Bundeslade sich gelagert haben. War übrigens das Einzige, was den Raum erhellte. Der war natürlich stockfinster. So. Und du darfst du hin. Und nicht nur das. Die Bibel sagt, das ist in dir. Verstehst du? In dir, in deinem inwändigen Menschen, in deinem Geist ist, wenn du wiedergeboren bist, ich sage mal, ein Portal in die himmlische Dimension. Andersrum ausgedrückt, du bist jemand, wo von der himmlischen Dimension, Bildstempel, etwas empfangen werden kann und im Natürlichen freigesetzt werden kann. Ja. Hesekiel schreibt von dem Strom, der aus dem Tempel rausfließt. Erst nur knöcheltief und dann bis zu den Knien und bis zur Hüfte und hinterher muss er schwimmen. Aus dem Thron fließt der Strom raus. Und was sagt Jesus? Wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen wasser fließen. Das ist das gleiche Bild. Er sagt, er fließt aus dir. Aus dir fließt der Strom. Weil du ein Tempel bist. So. Und das gilt für dich und für mich und das sollte jeder von uns erleben, dass der Strom des Geistes in uns sozusagen, ich will nicht sagen entspringt, sondern aus der himmlischen Dimension durch uns fließt in das Natürliche hinein. Und das ist das, was der Heilige Geist tun will. Und das ist das, was du liest in den Evangelien. So hat Jesus Wunder getan, Leute geheilt, Dämonen ausgetrieben. Das hat er ja nicht gemacht, weil er die Bibel auswendig kannte. Oder irgendwas. Ja. Das hat er auch nicht, weil er ein theologisches Nachschlagewerk mit irgendwelcher Dogmatik. Achtung, wie heilig ein Blindgeborenen. Moment mal bitte. Seite 398, Absatz B4. Nein, das ist der nächste. Gar nicht. Er war, der Geist hat ihn geführt, wie das funktioniert. Er hat ihn geleitet. Und dann gibt es die abstrusesten Sachen, die unseren Vorstellungen mitunter widersprechen. Übrigens auch auf dem Tempelplateau. Der Geist sagt zu ihm, hier hast du einen Blindgeborenen, spuck mal auf den Boden. Tempelboden, also nicht Tempelvorplatz, Tempelvorplatz. War schön dreckig da, ja, viel Staub. Spuck da mal hin und dann machst du da so eine Motsche und dem armen Blinden schmierst du das jetzt noch auf die Augen. Schon ein bisschen komisch, ne? Also, also wenn, was bei uns in den Gemeinden so wäre, dass jemand sagt, also pass mal auf, ich habe den Eindruck, wir sollen jetzt mal hier auf den Boden spucken und dann so ein bisschen und dann schmieren wir das dem. Wir würden das wahrscheinlich aus der Gemeinde schmeißen, ja, weil es ein bisschen spinnert nach unserem Verständnis. Aber es war aus dem Geist. Der Geist hat ihn geleitet, hat gesagt, mach das so. Warum? Keine Ahnung. Das ist Gottes Ding. Das war eben der Schlüssel für diesen Menschen. Warum auch immer. Für diesen übrigens. Das war sonst nicht so, ne? Man könnte daraus ja eine prima Theologie machen. Also, wenn man einen Blinden hat, muss man mit Spucke behandeln, die man mit irgendwie am besten aus Jerusalem mit irgendwelchem Staub vermischt und so weiter, da könnte man eine prima Theologie raus machen, wo man irgendeinen Verhaltenskodex aufstellt, wie man bitte schön Blindgeborene zu behandeln hat und wie das dann laufen muss und was hat Jesus gesagt und so weiter und so eine Abfolge machen. Wir sind so Leute, die versuchen, aus sowas ein System abzuleiten, wie sowas funktioniert. Und das Problem ist, es funktioniert eben nicht. Ja, so nach dem Motto, bei uns, wenn jemand krank ist, machen wir das nach Jakobus 5. Halleluja. Ja, die Ältesten kommen, er setzt sich in die Mitte und dann wird dafür gebetet und so weiter. Es ist nicht verkehrt, aber es ist ein System. Jesus hat so nicht gearbeitet. Du kriegst überhaupt kein System hinein in der Art, wie er geheilt ist oder was er gemacht hat. Warum? Weil er immer direkt vom Heiligen Geist geleitet genau das gemacht hat, was jetzt dran war und gehorsam war. Und das hat dazu geführt, dass die Leute geheilt und befreit worden sind. Er hat sich nicht auf irgendwas Angelerntes oder Theologisches oder sonst was verlassen, sondern es ist aus der Beziehung gekommen. Ja, das ist jetzt das Richtige, was du jetzt hier tun musst. Und es war ja damit noch nicht zu Ende, dass er den Blinden jetzt da so behandelt hat. Der war gar nicht sehend. Dann hat er dem armen Blinden den blödsten Job gegeben, den du an dem Tag machen konntest. Darüber lehre ich bei den Seminaren über die sieben Feste. Ey, es war an dem Tag war der höchste Feiertag von Sukkot. Das war also der Feiertag überhaupt. Da war die Stadt gestopft voll mit wahrscheinlich Millionen von Leuten, auf jeden Fall vielen Hunderttausenden. Der war irgendwie auf dem Tempelplateau gewesen. Und dann sagt Jesus zu dem, pass mal auf Junge, jetzt gehst du zum Teich Siloah und wäsch dich. Ich meine, da steckt eine interessante prophetische Bedeutung drin, nur der Punkt ist, der musste sich irgendwie gegen den Strom vom Tempelplateau irgendwie durchboxen bis in die Stadt rein, durch die Gassen irgendwie unten dann, wo da der Teich da war und um noch drei Ecken und bis er da hinkam ans Wasser. Selbst wenn er jemanden hatte, der ihn geführt hat, was ich vermute, hat das wahrscheinlich Stunden gedauert. Ich sage dir was, das Oktoberfest ist eine Lachnummer dagegen, was da abgegangen ist. Da fiel keine Briefmarke auf dem Fußboden, weil alle, 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 Hunderttausende von Pilger wollten auf dem Tempelplateau. Das war absoluter Ausnahmezustand. Und nachdem der Blinde, ja blind, also sich dann endlich da durchgearbeitet hatte, hat er sich gewascht und habe einmal kontert sehen. Ja hallo, musste das denn sein? Warum hat der Herr das dem armen Mann denn angetan? Hätte doch den auch so heilen können. Wieso denn diese Qual? Es war dran. In dem Fall kann man das sogar noch erklären, weil es da eine prophetische Bedeutung drin gibt, die sehr interessant ist. Aber wir sind häufig so, dass wir so unsere Vorstellung haben, wie sowas laufen muss. Unsere Denkmuster haben, wie sowas laufen muss. und sagen, das kann ja nicht von Gott sein. Blindgeborenen. Die Bibel sagt, es gab vorher, vor diesem Wunder, noch nie die Heilung eines Blindgeborenen. Vor einigen Jahren in Afrika bei einer Cefan-Kampagne ist auch ein Blindgeborener geheilt worden. Man kommt immer wieder vor, aber den habe ich mir gemerkt. Blindgeborener. Interessant dabei war, der war 80 Jahre alt. 80! Ja, sage mal, hätte denn der Herr nicht mal vor 50 Jahren einen vorbeischicken können, der für den betet? Musste der denn so alt werden? Verstehst du? Du kannst ein Wunder nehmen und durch unsere menschliche Denkweise schleusen und sagen, was ist denn das? Oder du kannst sagen, Halleluja, der Herr hat etwas Großes getan. Und in der Gefahr sind wir alle. Wir tun die Dinge, die Gott tut, auf den Altar des Verständnisses unserer Gesellschaft legen. Und weißt du was? Die sorgt dafür, dass das Ding restlos abgefackelt wird. Und das ist das Problem bei vielen Dingen, die Gott tut. In deinem Leben, in meinem Leben, Wunder und sonst was. Ja? Wird einfach weggewischt, wird nichts erklärt. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Wir müssen verstehen, es ist ein Vorrecht, was der Herr uns gegeben hat und es ist ein gigantisches Vorrecht, darin laufen zu können. Und was er tut, seine Verheißung, die prophetischen Worte, die du vielleicht empfangen hast, was er in deinem Leben schon an Wunder und sonst was getan hat, wir dürfen es nicht gering achten. Deshalb versuchen wir, Leute dazu zu motivieren, ein Zeugnis zu geben, weil das ist etwas, was den Segensstrom in deinem Leben freisetzt. Und geschlossener Mund ist eine geschlossene Zukunft. Verstehst du? Wenn du dein Zeugnis weitergibst, ist das für dich ein großer Segen und für die anderen auch. Es ist etwas, was Gott Ehre gibt. Und das setzt etwas frei. Und das ist extrem wichtig. Die Bibel fordert uns auf dazu, wir sollen weitergeben. Wir sollen das, was Gott getan hat, verkündigen. Wir sollen es weitergeben. Und wir sind so, wie soll ich mal sagen, wir sind so entsetzlich deutsch. Wir sind so eingenordet in diese gesellschaftliche Konformität. Wir sind so normal. Versteht ihr? Kein Vorwurf. Aber wir müssen da rauskommen. Wir müssen rauskommen aus diesem weltlichen Denken, diesem weltlichen System, diesem weltlichen Verständnis. Wir müssen rauskommen davon. Wir müssen reichgotteskonform denken. Warum gebraucht Gott manchmal die Typen, die die verrückteste Historie durch haben? Also was weiß ich, Drogensüchtige und Gewalttätige und sonst was, waren im Gefängnis. Warum gebraucht er die? Ganz einfach. Weil die nicht so angepasst sind. Weißt du was? Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, hast du eigentlich gar nicht das Recht, dich wie ein Deutscher zu übernehmen. Das ist steil, finde ich gut. Eigentlich, eigentlich müssen wir uns wie ein Himmelsbürger übernehmen. Wir müssen die Dinge, die der Herr uns sagt, das muss unser Maßstab sein. Wie hatten wir vorhin gesagt, wie hat Daniel gesungen? Das, was der Herr sagt, die Bibel, das ist der Maßstab und nichts sonst. Wir haben das Vorrecht, in die höchste Position als Christen erhoben zu sein, schon in dieser Welt, in diesem Leben unermessliche Segnungen für uns und andere zu empfangen. Aber dazu müssen wir, wie soll ich mal sagen, es zulassen. da reingehen. Und die Falle des Feindes ist, uns ständig in so einem Kreisel zu beschäftigen, wo du drin bist. Karriere, Familie, Geld verdienen, Rente, klubs. Nicht schlecht. Nur die Frage ist, welchen Horizont hast du? Bist du so im Kreisel drin, dass du das als dein Leben hast? Oder wo ist der Horizont? und deshalb der Punkt, wir dürfen hinzutreten bis zum Thron der Gnade. Aber weißt du was? Weißt du was? Du kannst auch draußen vor der Stadt warten oder bleiben. Du kannst auch bis zu dem Mäuerchen gehen, wo die Heiden nur hin dürfen. Du kannst auch in den Vorhof der Frauen kommen. Du kannst auch von mir aus bis vor die Tür von dem Tempel gehen oder von mir aus mal gerade so über die Schwelle reintreten, mal gucken. Aber die Bibel sagt, Junge und Mädel rennt durch bis zum Thron der Gnade. Und das war genau das Bild, was wir gerade hatten. Was der Frank hatte? Hin, durch, flitz, bis vorne hin. Ja, je näher, je besser. Bis zum Thron der Gnade. Es gibt überhaupt nichts, was dich davon abhalten kann. Außer du selber. Wir selber entscheiden, wie nah wir zu Gott kommen oder nicht. Wir selber entscheiden, wie wir in diese Beziehung einsteigen oder nicht. Wir können auch in einer distanzierten Beziehung bleiben als Christen. Oder in so einer beschäftigten Beziehung, wie so ein Profi, wie so ein Levite oder sowas. Wir können in ganz unterschiedlicher Art und Weise mit dem Herrn leben. Ich tue das nicht verdammen oder sowas. Aber eins will ich dir sagen. Ich will jemand sein, der bis da vorne hinläuft und da bleibt. Direkt, unmittelbar bei ihm. das ist das, was David gemacht hat. Das ist das, was bei ihm in dem Psalm so intensiv ist. Eine Beziehung mit Gott, direkt Freundschaft. Deshalb spricht das zu so vielen Menschen. Aber das ist das, was wir auch haben dürfen. Pass mal auf, der Geist Gottes lebt in dir. das musste dir mal eintüten. Das musste mal versuchen zu erfassen. Gott in dir. Gott in dir. Da dachtest du, er hat sich aber eine erbärmliche Behausung ausgesucht. Weißt du was? Interessiert den überhaupt nicht. Der sieht das nicht als erbärmlich an. Das ist die größte Begeisterung, wenn er in dir leben darf, wenn er in dir Wohnung nehmen darf, wenn er in dir sein darf. Warum? Weil er dich geschaffen hat als ein Gegenüber, als ein Ebenbild. Er will Gemeinschaft haben mit dem Menschen. Deshalb das ganze Ding und deshalb der Feind, der dazwischen gekommen ist und genau diese Beziehung auseinander geteilt hat. Das war die Tragödie. Der Mensch ist zur Beziehung mit Gott geschaffen und der Feind versucht genau das kaputt zu machen. Und leider geschieht es sehr, sehr effektiv. sehr, sehr effektiv. Dass die Leute erst gar nicht in die Beziehung reinkommen oder dass sie, wenn sie in der Beziehung sind, irgendwie aufs Abstellgleis kommen, sich mit sonst was beschäftigen oder irgendwas ihnen wichtiger ist. Und ich fand das sehr interessant, wie wir hier im Lobpreis und so weiter diesen prophetischen Fluss hatten, wo du wirklich sagst, okay, es geht darum, komm und leg dein Leben wirklich dem Herrn zur Verfügung. deine Nationalität, dein ganzes Sein gibt es ihm. Wenn du ein Himmelsbürger bist, ist das deine Identität. Es ist dein Sein. Du hast das Vorrecht, dass der Geist des Allmächtigen Gottes in dir ist. In dir. Weißt du was? Im Alten Testament wäre das die nächste blasphemische Nummer, die du hättest dir vorstellen können. Der Geist Gottes in irgendwelchen Menschen? Okay, das müssten ja mindestens mal so Typen dann sein wie Aaron oder Elia oder sowas. Nein, in einfach neugeborenen, wiedergeborenen Christen. Der Geist Gottes ist da drin. Im Alten Testament kam der Heilige Geist nur auf Leute. Das war nicht schlecht, das war schon mal super vom Heiligen Geist, wenn der auf dir ist und du bist in der Lage irgendwelche Dinge zu tun, prophezeien oder sonst was, das ist super. Aber er war nicht in den Menschen, obwohl sie zum Volk Gottes gehörten, weil sie kein vollkommenes Opfer hatten, weil sie nicht bis zum Thron der Gnade flitzen konnten. Ja, so und in uns ist der Heilige Geist dauerhaft drin. Das ist im Denken des Alten Testaments fast blasphemisch, obwohl Propheten davon gesprochen haben, beispielsweise Hezekiel. Der hat darüber gesprochen, dass der Geist Gottes in den Menschen hineinkommen wird, in ihn sein wird. Ich glaube, die haben den damals für ein bisschen sehr sonderbar gehalten. Der war auch sehr sonderbar. Ja, wenn du dir anguckst, wo der Herr den durchgeführt hat. Ehrlich, mit dem möchtest du nicht tauschen, wie den meisten Propheten nicht, wenn du dir mal anguckst, durch was der Herr die geführt hat. Da werden wir in einigen Wochen mal drüber sprechen. Aber es war nicht im Denken, dass der Geist Gottes, ich meine Gottes, des ewigen unveränderlichen Schöpfers von allem, was ist, in einem Menschen Platz nimmt, was rauchst du denn so? Das war völlig nicht vorstellbar. Aber wir heute sind das so geläufig, dass wir überhaupt nicht uns bewusst sind, was das eigentlich für ein Skandal ist. Versuch das mal irgendeinem religiösen Typ von irgendeiner anderen Religion zu erzählen. Ach, weißt du was? Gott lebt in mir. Wahrscheinlich dreht er sich sofort um und verschwindet. Und doch, es ist die Wahrheit, er hat dich als Wohnstätte benutzt. Aber an uns liegt es, dieses Vorrecht zu nutzen, auch indem wir ihm Raum geben, ihn fließen lassen, ihm die Möglichkeit geben, als Strom herauszufließen aus diesem Tempel. Strom, Strom, der aus dem Tempel fließt. Aus deinem Tempel, aus deinem Leib, aus deinem Sein, deinem Menschsein. Der Herr sagt, von der himmlischen Dimension ströme lebendigen Wassers fließen durch dich in die Welt um dich herum. So, jetzt denkt man natürlich, okay, super, super, das ist eine schöne Aussage, das gilt für Typen wie Petrus und Paulus und Johannes, also so ganz die super, super Profis. Steht er aber nicht. Weißt du, was da steht? Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. So, wenn du nicht an den Herrn glaubst, wie die Schrift sagt, dann brauchst du diese Aussage nicht für dich zu beanspruchen. Aber wenn du sagst, ja, ich glaube im biblischen Sinne an den Herrn, als meinen Retter und Erlöser, dann sagt er, das passiert das. Logische Folge, hat überhaupt nichts mit Qualifikation zu tun oder mit Berufung oder Dienst oder sonst was, hat überhaupt nichts damit zu tun, hat etwas damit zu tun, dass du glaubst an den Herrn, wie die Schrift sagt. Das ist also, verstehe mich richtig, das ist basic, gilt für jeden von uns. Wenn du glaubst, wie die Schrift sagt, werden ströme lebendigen Wassers aus dir ausfließen. Der Einzige, der das verhindern kann, bist du, indem du deine Tempeltüren schön zumachst, keinen reinlässt oder nichts rauslässt, bloß keinen Strom rauslassen. Und deshalb sagt die Bibel, mach die Klappe auf, rede, sprich, fang an zu prophezeien, fang an zu beten, fang an zu dienen, leg die Hände auf, mach was, komm in Action mit deinem Körper. Das kann sonst was sein, von mir aus sogar Ausdruckstanz, es ist mir völlig wurscht, aber tu was, tu was, geh vorwärts, gebrauche diesen Tempel zur Ehre des Herrn. Und genau das versucht der Feind zu verhindern. Genau das ist das, wo er versucht, dich so einzustrecken. Ich sag dir, es gibt so, ehrlich, also das kriegen wir ja schon mit, so viele Christen, die sind so in diesem Endzeitthema gefangen, die beschäftigen sich nur mit dem, was gerade Neues, Katastrophales, Böses und sonst was passiert, gerade wenn mal wieder in Israel irgendwelcher Stress ist oder irgendwelcher Dreck, egal, die haben den Antichrist schon 50 mal lokalisiert und wissen genau, wer es ist. Ja, es gibt ja auch so eine Hitliste, wer der Antichrist ist. Also, mir hat neulich jemand gesagt, also, Prinz Andrew, der wär's. Ja, da hab ich gesagt, ach so, ich dachte, das wäre dieser Kaschner da von dem Dings. Und dann kam jemand anders und sagt, nee, 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 Macron. Macron, das ist der beste Kandidat. Und dann haben wir einen Papst natürlich sowieso und es gibt eine Liste von Antichristen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und Leute beschäftigen sich damit, beschäftigen sich damit, beschäftigen sich damit, das ist ihr Horizont. Weißt du was, das ist eine riesige Falle. Die sitzen im Kämmerchen und warten auf die Entrückung, aber sie machen nicht das, was der Herr gesagt hat, was sie tun sollen, nämlich die Welt retten. Das Evangelium verkündigen, Kranke heilen, Dämonen austreiben. Weißt du was, fang an Dämonen auszutreiben, dann hat sich das Thema mit der Entrückung für dich relativ schnell geklärt. Dann willst du nämlich, dass die Leute frei werden und bleibst dich da sitzen und denkst, hoffentlich kommt der Herr bald und es ist mir egal, ob Millionen zur Hölle fahren. Weißt du was, wenn der Herr kommt, wo er dich finden will, in der Ernte will er dich finden und nicht im Kabuffchen darüber nachrechnen, wann die Entrückung ist und wer der Antichrist ist. Dazu hat er niemanden von uns beauftragt. Aber wenn wir gucken, wozu er uns beauftragt hat, dann sollten wir anfangen, das zu tun. Amen dazu. Und wenn wir das nicht tun, dann hat uns der Feind in eine Falle gelockt. Und ich sage dir eins, Zehntausende von Christen hocken in diesen Fallen und realisieren es gar nicht. Realisieren gar nicht, was eigentlich abgeht. Das soll aber nicht für dich und mich gelten, sondern bei uns soll es sein, dass wir den Strom des Geistes lebendiges Wasser fluten lassen durch uns zu den Menschen. Es muss raus, es muss raus. Das Vorrecht ist nicht, dass wir gerettet sind und es in den Himmel schaffen. Ich meine, das ist natürlich das Vorrecht. Sondern das Vorrecht ist, dass wir jetzt, wenn wir neu geboren sind, bereits Himmelsbürger sind, eingesetzt sind in der himmlischen Dimension und im Grunde genommen sogar mit ihm regieren schon. Das ist natürlich theologisch echt steil. So, aber wenn du Epheserbrief liest, ich meine, Epheserbrief ist mein absoluter Lieblingsbrief. Ich habe mal, das ist schon ein paar Jahre her, Bibel durchgelesen. Ich meine, ich lese immer die Bibel durch, aber da habe ich sie durchgelesen und bin am Epheserbrief hängen geblieben. Und wenn ich was nicht verstehe, dann lese ich es und lese ich es und lese ich es, bis ich es irgendwann mal durch bin. Ich sage dir, ich habe am Epheserbrief ein Jahr rumgekaut. Ich bin über diesen Epheserbrief nicht reingekommen, weil ich sage, was ist das, was der da schreibt? Was, 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 was ist das? Hier. Ja. Also er spricht vom Vater. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Ja, ist schon mal steil. Musst du erst mal kapieren. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr, jetzt kommt, was ich sagen will, imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, kapieren, verstehen. Leute, all das hier, die ganze Vorrede, ist, damit ihr was kapiert. Ihr müsst was erfassen. Ihr müsst was erkennen, passen. die Breite, die Länge, die Höhe und Tiefe und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Der sagt, wir müssen vom Heiligen Geist gestärkt werden, um kapieren zu können, wer wir sind, zu was wir berufen worden sind, was unsere Aufgabe ist. Und wenn du dir das mal genauer anguckst, in der Fässerbrief, tut ihm fehlend schier die Worte. Macht er rum, weil das, was er beschreiben will, so gigantisch ist, dass er fast die Worte nicht findet. Deshalb schreibt er hier Länge, Breite, nein, Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Die Dimensionen also von dem, was Gott für uns hat. Oder in der Fässer 1, lesen wir ganz ähnlich. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Das ist im Grunde genommen die gleiche Aussage. Eine übernatürliche Erkenntnis. Ja, eine übernatürliche Erkenntnis. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, sage ich mal, steht an der Stelle noch nicht, ist, das heißt, Hoffnung der Berufung, Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Und dann geht es weiter. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden ist, die überragende Größe seiner Kraft nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hey, das sind, der ringt damit, irgendwelche Superlative aneinander zu rein, um klar zu machen, hey Leute, es ist gigantisch, was der Herr für uns hat und wir müssen ein Verständnis dafür bekommen, was das ist mit der Berufung, was das ist mit der Position, die wir haben, was das beinhaltet. Das ist der Punkt unserer Identität. Wer bist du? Und ich sage dir, der Feind, dem ist es immer wieder gelungen in der Kirchengeschichte, die Leute mit sonst was zu beschäftigen, wer sie sind. Es gab die verrücktesten, irrleeren und absonderlichen Sachen, beispielsweise, ich glaube, Katara hießen die, die haben sich ausgepeitscht, den Körper gezüchtigt und so richtig fertig gemacht, ja irgendwie, weil sie den Eindruck hatten, dass sie dadurch heiliger wurden. Oder eine schräge Entwicklung, die mal im Pietismus auftauchte, das war schon zur Zeit von Zinzendorf noch, da gab es Gruppierungen im Pietismus, die haben sich intensiv mit ihrer Niedrigkeit beschäftigt, um irgendwie den Herrn dadurch zu erhöhen, so sinngemäß. Und das artete aus, völlig, dass sie sich nur noch als Wurm und so weiter bezeichnet haben, ja, also richtig, also erbärmlich, um den Herrn irgendwie damit zu erhöhen. Das Schlimmste war, dass sie dann darüber gedichtet und Lieder geschrieben haben, wie sie sich als Würmlein in den Wunden Jesu da befinden. Echt schräg. Zinzendorf hat das mitgekriegt, hat gesagt, jetzt muss hier Ende sein mit dem Zeug. Das war, das war eine völlige Fehlentwicklung. Das war eine feindliche Einflüsterung. Du bist gar nichts, du bist Dreck, du bist ein Wurm, der Herr hat alles gemacht, du bist ein armer Sünder, pass ja auf, bleib da ganz unten, je mehr erbärmlich und je mehr du unten bist, desto besser, desto mehr ist der Herr wohlgefällig mit dir. Und gleichzeitig sagt der Herr, du siehst dich als Wurm. Ich sag dir, du bist ein Tempel, wo der Heilige Geist drin ist. Ein Tempel, den ich bewohne. schon mal was gewusst? Gott wohnt nicht in Würmern. Das war einfach idiotisch, ich sag's wirklich, völlig vom Feind verführte, dieses Ding, oh, ich bin nur ein armer Sünder, gerettet aus Gnaden. Ja, du bist gerettet aus Gnaden, aber du warst ein armer Sünder. Du bist kein armer Sünder mehr, wenn du gerettet bist. Dann bist du ein König, ein Priester, ein Prophet, ein Gesandter, ein Christi-Stadt, du bist ein Tempel, in dem der Herr wohnt. So, und alles andere ist unbiblisch. Und das ist etwas, was wir kapieren müssen, damit wir die richtigen Standing haben für das, was der Herr tun will. Wir müssen rauskommen aus diesem falschen Verständnis, wer wir sind. Und du musst dir einfach bewusst machen, Gott hat alles für dich gegeben, hat dich erhoben in die Position. Und er will, dass wir vorwärts gehen mit ihm. Vorwärts gehen mit ihm. Guck, hier heißt es weiter, Christus, der zu Recht in der Himmelswelt eingesetzt ist, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird, alles, 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 hat er seinen Füßen unterworfen, Achtung, seinen Füßen, Füßen, seinen Füßen hat er das unterworfen und ihn als Haupt über all das der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wo sind all diese Dinge, die Mächte, Gewalten, Leibelskram und sonst was? Unter den Füßen von wem? Von der Gemeinde, von dem Volk Gottes. Wenn du dazu gehörst, ist der Dreck unter deinen Füßen. Lebe bitte entsprechend. Lebe entsprechend. Wir müssen ein Verständnis dafür bekommen, dass das alle Gewalt, jede Macht, jede Kraft, jede Herrschaft, jeder Name und nicht nur jetzt, sondern für Ewigkeit unter den Füßen ist. Von dir. Es ist vollkommen wurscht, ob du dich danach fühlst oder ob du das spürst oder das schon erlebt hast. Es ist eine Wahrheit des Wortes Gottes. Das ist herausfordernd, aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Ein Pastor hat es mal so gesagt, der Himmel ist in uns. Kann natürlich leicht falsch verstanden werden, aber es stimmt. Denn der Heilige Geist ist im Himmel. Himmel ist da, wo Gott ist. Und wenn der Heilige Geist in dir ist, ist der Himmel in dir. Und dieser Himmel, der in dir ist, will herausfließen. Wohin? In diese elende, sterbende, verrottete, verdorbene Welt um dich herum. Deshalb sagt Jesus, du bist Licht, du bist Salz. Du bist derjenige, der den Menschen das zu geben hat, was sie alle brauchen. Dringend. Und deshalb sage ich, wir brauchen ein Verständnis dafür, wer wir sind in Christus. Ein Verständnis dafür, welche Position wir haben. Ein Verständnis dafür unserer Autorität. Und ich habe schon manches Mal erlebt, dass afrikanische Geschwister uns da weit voraus sind. Die haben eine geistliche Intelligenz, die in dem Punkt irgendwie schärfer ist. Ja? Die wirklich schärfer sind. Die haben ein Verständnis, wer sie sind und welche Position sie haben im Herrn. Und sie gehen entsprechend vorwärts. Und sie sehen, wie die Feinde wirklich fliehen. Sie sehen, wie die Dämonen rausgeschmissen werden. Sie sehen, wie die Werke des Herrn getan werden. Aber da können wir auch hinkommen. Wir können das tun, was die Bibel uns auffordert zu tun. Mach dir mal einen, ich habe mal eine Aufgabe. Nimm dir mal die vier Evangelien und schreib mal jeden Missionsbefehl raus. Und dann guckst du mal, was da drin steht. Du wirst verblüfft sein. Weißt du, was am allermeisten drin steht? Wenn du alles zusammen nimmst, Dämonen austreiben. Job Nummer eins. Dann kommt es die Kranken heilen. Job Nummer zwei. Dann kommt es das Reich Gottes zu verkündigen. Job Nummer drei. Dann kommen noch ein paar andere Sachen, die sind allerdings dann schon ein bisschen speziell. Ja? Das ist das, was der Herr von uns erwartet. Das ist das, was unser Job ist. deshalb die Position. Deshalb das, wozu er uns berufen hat. Und er hat uns tatsächlich mit allem, 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 allem ausgerüstet. Folgendes geistliches Bild habe ich gelesen. Ich meine, ich habe das ähnlich mal selber gesehen und erlebt. Es haben schon etliche Leute haben so etwas ähnliches, eine Vision mal gehabt, und zwar ein himmlisches Lagerhaus. Wir haben so ein Lager gesehen, riesiges, Gebäude, wo alle Arten von Segnung und sonst was drin waren. Oder in jeglicher, in jeglicher Größenordnung. Also beispielsweise ganze Organe, die ausgetauscht worden sind oder Wirbelsäulen oder sonst was, körperliche Sachen oder Segnung aller Art. Also was du dir nur vorstellen kannst und ausmalen kannst. Und diese besagte Person, die hat sich das also angeguckt und die Engel waren schön busy und haben also irgendwelche, ich sag mal, bestellten Sachen zur Erde gebracht. Und dann fiel dem das auf und sagte, hm, ist ja komisch. Hier vorne in dem Bereich, wo hier was ist, das sind ja nur die ganz klitzekleinen Sachen. Dann ist es mal weitergegangen und weitergegangen, hinten immer mehr in dieses Gebäude rein, das wurde immer größer und immer größer, immer größer, wir würden sagen Wunder, immer größere Sachen. Da hinten war alles eingestaubt, also in dem Bild. Dann hat er die Engel gefragt, was ist denn hier hinten mit? Ja, das will keiner haben. Selten, dass man auch in der Nachfrage kommt. Die Leute sind mit denen davon, mit kleinen Sachen zufrieden. Es gibt keine Begrenzung für Jesu Macht. Es gibt keine Begrenzung für das, was du beten darfst. Es gibt keine Begrenzung für das, was du im Glauben erbitten darfst. Es gibt überhaupt keine Begrenzung. Deine Begrenzung ist da drin und das ist ein braves, angepasstes Deutschsein, was du gelernt hast. Das ist das, was wir eingenordnet worden sind, was geht und was nicht geht. Das ist das, was wir so uns vorstellen. Anderswo ist diese Blockade nicht da und dann gelingt es einem Mathematikprofessor innerhalb von ein paar Jahrzehnten eine Gemeinde aufzubauen mit über fünf Millionen Mitgliedern und ein Gemeindegebäude hinzustellen, wo eine Million Leute kommen zum Beten. In Lagos, Nigeria. Der muss das irgendwie nicht mitgekriegt haben. Halleluja dazu. Der hat einfach nur gebetet und ist vorwärts gegangen. Und der Herr hat dem richtig gesegnet. Meinst du, Rainer Bonko was anders? Der ist einfach nur vorwärts gegangen und hat eine große Vision gehabt. Großer Gott, große Vision, passt schon. Mit was sind wir zufrieden, mit welcher Vision für unser Leben? Was ist so der Horizont? Wir müssen anfangen, rauszukommen aus dieser Nummer des deutschen Christseins. Und ich will dir eins erzählen. Bei der Berliner Erklärung, als sie verfasst worden ist, im Vorfeld, von den Gegnern der aufbrechenden Bewegung des Heiligen Geistes damals. Da gab es einen, der hat es auf den Punkt gekloppt. Das war ein Evangelist, der hatte gut gedient, der hatte Jahrzehnte treu gearbeitet, super toll, ja, also ein wirklicher Mann Gottes. Der war alt geworden, richtig alt und der hat es auf den Punkt gebracht, als Gegner dieser Bewegung der Zungenleute, wie die damals genannt worden sind. Und der hat gesagt, das ist nicht deutsch. Ich will dir ein Geheimnis sagen, der Heilige Geist ist nicht deutsch. Jesus ist auch nicht deutsch und der Vater schon gar nicht. Und Halleluja dazu übrigens. Aber was wollten die? Die wollten einen deutschen Gott haben. Gott hatte sich deutsch zu verhalten. Wenn du jetzt weißt, wie die damals deutsch waren, dann sagst du Hilfe. Das war nämlich Kadavergehorsam, Hurra-Patriotismus in den Tod und mit Pickelhaube und gib ihm, ja. So waren die drauf. Und das hat irgendwie nicht gepasst mit dem Heiligen Geist. Ja. Stimmt. Sehr gut übrigens. Der Heilige Geist braucht sich unseren Vorstellungen nicht anzupassen, sondern wir. Wir passen uns ihm an. Und wenn er, warum auch immer, sagt, Hallo, alle Gewalten sind unter den Füßen der Gemeinde. Das bist du. Guck mal runter. Alle Probleme, alles, alles, alles ist da. Hm. Dann sollten wir vielleicht anfangen darüber nachzudenken, dass das Konsequenzen für unser Leben haben sollte. Für unser Beten haben sollte. Für die Art, wie wir sprechen haben sollte. Für die Art, wie wir denken haben sollte. Wie wir vorwärts gehen. Und genau das ist der Kampf. Genau das ist der Kampf. Der Feind versucht, die Christen davon abzuhalten, durchzustarten in das, was der Herr für sie hat, weil, wenn er sie als brave, angepasste, deutsche Quadrat-Schuhkarton-Christen hat, kann er die irgendwie handeln. Aber wenn die anfangen, in der Power des Heiligen Geistes vorwärts zu gehen oder als Tempel sich gar zu verstehen, wird es für ihn schwierig. Und deshalb wird alles, was irgendwie, wie soll ich mal sagen, diese Identität in Christus betrifft oder unsere Power betrifft oder gar die Freisetzung von Übernatürlichem im Leben der Christen betrifft, sofort attackiert. Da hat er sofort seine Leute, die sofort scharf attackieren und dagegen schießen. Da merkst du sofort, wenn es um Geistesgaben geht, allen voran Zungenrede. Wenn wir einen Videoclip machen, wo wir Stress haben wollen, brauchen wir nur Zungenrede zu erwähnen. Das hagelt nur so irgendwelche negativen Kommentare. Es ist so, also wir müssen echt, wie soll ich mal sagen, anfangen neu zu denken. Wir müssen anfangen reichgotteskonform zu denken. Wir müssen so denken, wie die Bibel das sagt. Wir müssen so denken, wie Jesus gedacht hat. Wir müssen so anfangen zu denken, wie Gott denkt. Deshalb ist es ein gutes Buch zu lesen. Da steht nämlich drin, wie er denkt. Deshalb müssen wir uns damit intensiv beschäftigen. Und die Dinge, wo es hier um unsere Identität geht, nicht einfach überlesen und sagen, naja, das war vielleicht für die damals, sondern wir müssen verstehen, das gilt für uns. Wir sind Gottes Volk. Wir sind Gottes Haus. Wir sind diejenigen, die er gebraucht, um sein Reich zu bauen. Wir sind seine Armee. Wir sind diejenigen, auf die er setzt. Wir sind seine Braut. Wir sind die, in denen er lebt. Weißt du was? Er hat keine anderen als dich und mich. Die müssen erstmal dazu gemacht werden, indem wir aktiv werden und ihnen die frohe Botschaft weitergeben. Sie befreien von irgendwelchen dämonischen Dreck, sie heilen und dann können die in die Position kommen. Er braucht uns und deshalb ist der Feind wie bescheuert an den Christen dran, um sie runterzuknüppeln, dass sie negativ denken, dass sie klein von sich denken, dass sie schwach von sich denken und dass sie davon denken, wir überleben hier gerade so, schlängeln und so durch. Merkt keiner, dass wir Christen sind und leben ein braves, super angepasstes, bürgerliches Leben. In einer Gesellschaft, die von Gottlosigkeit nur so strotzt. Und da müssen wir rauskommen aus der Nummer. Wir müssen, wir müssen rauskommen. Wir müssen, ich sag's mal ganz deutlich, unser Deutschsein ablegen, unser Angepasstsein ablegen, unser quadratisch praktisch gut ablegen, unser leicht manipulierbar sein vom Feind ablegen. Wir müssen in Position kommen. Wir müssen so denken, wie Gott von uns denkt und hineingehen in das, was er für uns hat. Paulus schreibt immer wieder davon, dass wir unser Denken erneuern müssen. Das hatte der damals bei den Heiden, bei den Griechen, musste er immer und immer wieder sagen, ihr müsst anders denken, ihr müsst anders denken, ihr müsst eure Gedanken erneuern, ihr müsst biblisch denken. Und der wichtigste Punkt heute für mich ist, was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht haben wir, was der Herr uns alles geschenkt hat. Er hat sich völlig in uns investiert, hat dir alles, alles, alles gegeben, hat dir die Autoritäten, die Position gegeben, ist in dir, lebt in dir. Wenn du es genau nachvollziehst, schreibt Paulus sogar, der gleiche Geist, der in Christus war, ist in dir jetzt. ist kein anderer Heiliger Geist, der gleiche Geist, der in Christus war, identisch, der gleiche, in dir und mir. Genau. Es gibt keine Begrenzung, es gibt keine Eingrenzung, es gibt kein Limit, außer das, was wir für uns akzeptieren, was wir als Limit uns setzen lassen. Und das Ding muss pulverisiert werden. Wir müssen, müssen, müssen wirklich so denken, wie Gott denkt über uns. Eine echte Freisetzung. Eine echte Freisetzung. Dein Kalender hat ein neues Buch geschrieben, im Deutschen wird es Anfang, oder wird im Januar erscheinen, Drachen töten. Und es geht im Grunde genommen über dämonische Beeinflussung und so weiter. Und das größte Thema ist das Denken. Unser Denken ist teuflisch infiltriert. Und wir müssen dieses Denken loswerden. Notfall zu Befreiungsdienst. Und wir müssen denken, wie die Bibel denkt. Daniel Kalender ist jemand, der hat 22 Millionen Menschen schon zum Herrn geführt. Bei den Afrika Kampagnen. 22 Millionen. Ich glaube, der Mann hat was zu sagen. Und das ist etwas, wo er hat den Punkt erkannt, wie wichtig es ist, das Denken zu ändern. Erneuerung der Gedanken. Und der Haupt Schlachtfeld sind unsere Gedanken. Und wir müssen lernen, unseren Hacken einzugraben und zu sagen, bis hier noch nicht weiter. Ich lasse mich hier nicht länger von irgendwelchem Klein-Klein Denken oder von irgendwelchem angepassten Denken oder von irgendwelchem deutsch- gesellschaftlich angepasst genormten Denken hier weiter davon abhalten, in das eigentlich hineinzugehen, was der Herr für mich hat. Und deshalb versuchen wir hier bei Gottes Haus wirklich euch dahin zu bringen, dass ihr versteht, wer sind wir in Christus und wir sind frei. Wir können uns auch frei benehmen. Deshalb das mit dem Schofa, deshalb das mit dem Fahnen, deshalb das mit dem Jubeln, es muss freigesetzt sein. Wir dürfen als Volk Gottes in eine völlig andere Art und Weise uns benehmen und vorwärts gehen, als wir das bis jetzt erahnt haben. Da ist so viel Luft noch nach oben im Geistlichen. Der Herr hat so viel mehr Freiheit, so viel mehr Segen, so viel mehr Power, so viel mehr Geistesausgießung für uns, wo wir überhaupt noch nur angetatscht haben. Es ist viel, viel mehr. Und da gehen wir rein und da gehen wir weiter und wir erwarten, dass der Herr das wirklich, wirklich, wirklich öffnet. Und wir sind überzeugt, dass in den letzten Tagen es wirklich zu dieser gewaltigen Geistesausgießung kommen wird, von der die Bibel spricht. Und dass Dinge möglich sind, wo die Propheten des Alten Testaments nur von träumen konnten. Und dass das, was der Herr verheißen hat, dass es wirklich kommt. Kommt. Und vor allen Dingen das, was in Matthäus 24 steht, ist mir sehr wichtig. Da hat Jesus gesagt, bevor das Ende kommt, wird jede Nation ein Zeugnis des Reiches Gottes haben. Das Evangelium des Reiches Gottes. Und weißt du was? Deutschland hat kein Zeugnis des Reiches Gottes. Es hat ein Zeugnis von irgendwas. Aber es hat nicht das Zeugnis der Kraft des Reiches Gottes, der Power, der Dynamik, wie zu Jesu Zeit oder Zeit der Urgemeinde. das muss noch aufgerichtet werden, bevor das Ende kommt. Und das ist etwas, was wir erleben werden. Es ist ein Vorrecht, in dieser Zeit leben zu dürfen. Es ist ein Vorrecht, dass der Herr in uns ist. Es ist ein Vorrecht, dass wir in Deutschland sind. Es ist ein Vorrecht, dass wir Himmelsbürger sein dürfen. Es ist ein Vorrecht, dass wir da hineingehen können. Amen. Untertitelung des ZDF,